Musik Die Hirer war da ein Programm über der Radiosendung Licht vom Evangelium. Das Programm Licht vom Evangelium wird in Winnipeg, Manitoba und Kanada gemerkt. Und sie betet es, dass das Programm, das Geistliche Leben und die Christliche Familie stört, wird. Das ist auch, und sie betet, dass Menschen durch dieses Programm zum Glauben an Jesus Christus kommen möchten. Die Freia uns, dass die werden ein Herz gewählt. Und sie betet es, auch nun, dass sie durch die Macht und die Glauben gestört, auf die Mund hat und getreist werden. Wir wünschen euch einen guten Empfang in Gott seinen Rieken sehen, wann ihr nun hört. Am Mikrofon ist, was ihr Bruder und Deiner, Jakob Funk. Wir beten zum Anfang noch Taub. Himmlische Vorder, wir sind so dankbar für diese Gelegenheit, dass das Radio mit all die, was in verschiedensten Ländern war, die Gemeinschaft zu haben. Wir weten, dass diese halbe Stunde nun auch alle zu Rieken sehen sind. Wir danken euch auch für unsere Erleisung der Dienen Sein, Jesus Christus. Und wir sehen uns in den Namen wie das Bede. Amen. Musik 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 Es wie ein Licht auf Niedem Wald, den ich hier gut Und jeden Morgen starm ich von mir Dort in Wund, am Atemirät Verdankt die Hand, du wirst wie mich Wandert Liebe, wie der Hoff nicht nennt Hof war ein Fisch, nicht für mich soll ein Kuhn-A-Di, und in dem Wort. Musik Diese Welt Bekunde wird Jeweb Deine Sicherheit Und du von dir auch Mie haupt beworst Von mir wach Herodite sein Verdammt die Haare Du wirst wie nie Wann dort lebe Miene Hoffnung Herr Doch man Eich Dich Verwiss Sphär Kom nach dir En Dienen Wort Ich Dich 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 denn er weiß, wie viel er einem jeden anvertrauen kann. Als der Mann reit ist, zu verräsen, rübt er seine Dreiknacht nur sich und deilt sein ganzes Habengut an ihn aus. Er schenkt ihn dort nicht. Wenn er von seiner Reise trägt, will er seine Worte, was er dort gemerkt hat. Alles bleibt sehend, ob er erweckt ihn dort, damit zu arbeiten. Das können wir so sagen, als wenn einer, der eine große Fabrik besitzt, drei Menschen, die erweckt wurde. Diese drei können die Fabrik durch Klöckenhandel in drei schwere Arbeit verraten und abhören. Oder sie können sich so sagen, das ist doch nicht meint, worum soll ich für meinen Wirt raken? Und so der Fabrik am Karten-Titel auch enden. Und das Gelegenheit hat er, wenn er seine Reise trägt, dass er seine Gelegenheit hat, und er hat ihn nicht ständig auf die Finger steckt. Wenn er über die Reise trägt, regnet er damit, dass er damit, was er in der Reise hat. Das wird weit, dass er seine Dreischnachten sehr verschieden sind. Und er hat ihn dauerne, wort er Begoeung ist. Und dauerne, wort er ihn anvertrauen kann, deilt er ihn uit. Der eine ist Seierbegoeft und schafft Seier. Er überlegt sich die Sache Goud, indem er fünf Talente hat. Der zweite ist nicht so Seierbegoeft, aber er meint das Goud und ist abrechtlich und schafft auch Seier, indem er zwei Talente hat. Er wird mit Gewiss haben, dass er der Dreischnacht viel wird und dass er sich nicht auf den Verloten kann. Secher wird hat so ein Arbeiter, wort er daet, als wann er Seier schafft, wann der Wirt stund, enttickt. Aber so schwind, als der Wirt seinen Riege dreht, stund er sich geräumt da nicht. So eine Arbeiter kann wie Secher auch alle nicht so. Das Mensch wird zu dem Secher auch nicht Seierbegoeft. Jedenfalls, der Wirt hat ihm gekundet gelohnt haben, als er all sein Haben Goud verdeilt. Aber er did nicht. Er wird ganz geräucht und er hat ihm dieselbe Gelegenheit, als er die anderen zwei hat. Dass er viele Menschen, die mit ihren Goud anzufrieden sind und immer wünschen, dass sie die Goud haben, die andere haben. Als ich noch schuldig, sie ist selbst wirklich aufgänztig gewesen, weil ich meine Freund ihre Note sah. Wenn ich das sage, dass sie wenig Zeit am Lieren nicht steuern, und doch die Goud nicht mehr machen, dachte ich, dass ich das auch konnte. Bei mir sind die Goud nicht mehr schlecht gekommen. Ich habe mich jeder Goud so verdient. Ich muss seuer lernen. Das geht darin, dass ein Mensch viel mehr schadet, das, wenn ich da vergeschweigt habe, als wenn das Ola von selbst kommt. Eine andere Sache ist, dass wenn einem niederen Donau verlangt wurde, wurde angegeben. Einem, viel angegeben wurde, wurde auch viel mehr verlangt wurde. Und das Verdurchschen Gelegenheit haben wir drei Sorte Menschen. Die haben fünf Talente gekriegt, wie sie begraut. Das geeft Menschen, die meist alles verstehen und können. Sie sind überall sehr klug. Und das scheint meistens, wenn sie klug geboren sind. Anders sind sie, als sie nachdem zwei Talente gegeeft werden. Ich würde wahrscheinlich man passen. Das ist dann auch begraut, ob das sind so die Schweitematte, wenn sie eher deinste Goud doen wollen. Das sind jedenfalls Derschnitts Menschen. Die erste Menschen würde an diese Sort Menschen nennen fallen. Dann ist du aber noch dich, was mal einen Talent gekriegt hat. Verlangt ihn wird, dass er einen einen Tier geben soll, so dass er fünf gekriegt hat. Oder verlangt er Feier, so dass er zwei gegeben hat. Bestimmt nicht. Derschnitts was fief talent gekriegt hat, hat er verdoppelt. Und kann sie ihn wieder zehn geben. Die was zwei gekriegt hat, kann ihm um ein Feuer geben. Die hat er auch verdoppelt. Sie haben sich gemüt und mit ihren en haben sie gewohnt. Die was einen talent gekriegt hat, wird kreuzig getrunen haben, weil sie ein talent auch verdoppelt hat. was hat er aber mit einem talent hat, er hat das und und das und die hat, hat sein haar gekriegt. Wir wollen erst ein leidhaar und dann mit der Bautschiff wieder machen. Bautschiff Wir leben nun dort, dass die Bühne ein Grüße im Himmel. Dort ja, wir leben nun dieser Tag, was sie dann nun des Schmorgens durchdrecken, mit Jesus in ein Gebet. Dein Weg ist lang vor wie Gune, nur doch wundervorscheinend lang. Hast du dein Haus, Neujahr, vor dir, bleib fast und meistbar, du kommst. Hast du bühne ein Grüße im Himmel, dort ja, wir leben nun dieser Tag, wirst du dann nur des Schmorgens durchdrecken, mit Jesus in ein Gebet, wirst du reib an Jesus vor kommen. Wir stehen Heiland, kommst trü, hast du auch vor dich mit Bühne, und meistbar, du kommst trü, hast du auch vor dich mit Bühne, wirst du bühne ein Grüße im Himmel, dort ja, wir leben nun dieser Tag, wirst du dann nur des Schmorgens durchdrecken, mit Jesus in ein Gebet. Wird du dann nur des Schmorgens durchdrecken, mit Jesus in ein Gebet. Das wie muss seine, weil das Gelegenheit an unser von der Schilder in ein Post. Der erste jästliche Wahrheit für uns von der, ist, dass er uns mit Goethe aufgerüstet hat. Er hat einem jeden von uns doch noch Goethe anvertret, was wir fähig sind zu tunen. Jeder einer muss sich verarmen, verantworten, wann er weiterkommt. Dann muss die Rechenschaft dafür geben, was wir gedacht, gesagt, in die Däune, in was wir nicht gedäune haben. Wenn wir unsere Talente so gebrückt haben, als die erste, die zweite Nacht, dann müssen wir um die Rechtsdach gar nicht Angst haben. Dann können wir uns so teufreien, wann der Herr weiterkommt. Wenn sie dann zu ansagen wird, du gehst da trüe nach Nacht. Du hast gut gedäune, du bist immer wenig trüe gewaßt. Ich wurde immer viel satt. Geh in Freude mit deinem Haaren mit. Wenn wir über einen ans Leben an der Gauwe ungegeräuft haben, so aus der Trüe nach Nacht, dann haben wir Angst, wenn er ins Haar kämmt, und er zu der Verantwortung trägt. Dann haben wir ein schlechter Gewässer, weil wir wissen, dass wir nichts getan haben. Dem Haaren beschuldigen hält mir da nichts. Wieder sagen wir in dieser Gauwe, dass er uns vertrüe schenkt, wann er uns Gauwe geeft. Er vertrüht, dass wir Trüe damit für Aam und seine Gauwe, dass er uns Gauwe, viele andere, um uns Gauwe, zu Gauwe kommen. Er gibt seine Gauwe, dass er uns Gauwe, um ihn zu tunen. Er hat die Kraft, die Gauwe geeft, was bei dir, bei Passe, und er nimmt keine Ausrede an, dass er nicht die Gauwe hat, was andere haben. Du magst von diesen Talenten Gauwe in die Brücke machen, of das viel oder wenig ist, und die nicht am anderen Ere Gauwe kemmere, oder sogar oft in sich senden. Und da ist noch eine besondere Wahrheit in der Deliktenis. Da wird an sie gesagt, dass wir noch an sie Worte gerecht werden. Wir werden dann gerecht werden, was wir hier auf Ede gauwe oder nicht gauwe haben, zu dem Haaren und für andere Menschen. Dies Antreuzknecht hat aufsächlich gar nichts mit seinen Talenten gauwe, als den in die Ede begraut. Hij hat bloß schlacht, die dankensweise seinen Haaren. Hij beschuldigt seinen Haaren, dass er hoort wird und vielleicht sogar antreuz. Dass er da ansteigt, was er nicht gesagt hat. Hij hat Angst. Hij wird fühl. Der Haar sagt, du fühlst nicht. Hij hat bloß mit seinen Haaren am Schott gezeten, während der andere Pien nicht bei der Arbeit wäre. Hij wird auch anwürdig an was nach dort wahrgenommen, was er gehoord hat. Und zuletzt kriege kreut dort, was er sich verdient hat. Und was rutschmitte an die Distanz in den, wo die Menschen heile und mit den Tienen gnaarsche. Aber du und ich, Leiva Touheira, unsere Goven und Talente, die uns den Haaren anvertraut hat, nicht voll und ganz für den Dienst an arm und an uns im Netzten anzate, wird uns dort auch kreutze gönne, als diese Beisinn fühlend gnaarscht. Mocht wie doch von unserem Haaren als Trü erfungen worden, dass er uns auch noch mal zou loveen können, als Jane II, du gauw da Trüe gnaarscht, du hast gaut gedone, du bist even wenig Trüe warst, und wo die Eva fehlzate, go und Freide mit den Haaren mit. Die bede noch war der Toub. Haar, die wille die Trü mit anze Goven Deine. Halt uns doch Doren. Amen. Gott, mein Fert, da willet wurde, danke welch am für jeder Tag. Da wo Gott mi brukt da willet wurde, und drog mit trü zin wo am hänjär ron. Do wo Gott mi brukt da willet wurde, et drog mit trü zin wo am hänjär ron. Van de Volte er madum glavore, dan trü et min got in ab nicht schist. Van de mensche hola mi verloote, weit et je do min got verlaat mi nisch. Van de fink mit retten et tot schmur haf, dan je haf, tai mi sin ist vor dir ho ho dag et feit hai wort sind jen beworre, in erne spanste nöld nicht van mi jett. Dag et feit hai wort sind jen beworre, in erne spanste nöld nicht van mi jett. et ho want van hier de sind je hole ru et mi dan hu dom sine brast over worten der sich rom am oke met jesus levet dan am paradies Wo bewortet er sich, Opa, Möke, mit Jesus lebe ich an ein Paradies. Drei Programme kostet 10 Dollar. Schickt uns das Geld mit, wann ihr dort bestellen. Und wann ihr nicht in Kanada wohnt, kennt ihr diese Programme von der Station, wo ihr die Hüge kriegt. Die Nummer für das Programm ist 951. Wenn ihr das von diesem Programm bestellen möchtet, fragt ihr das Programm Nummer 951. Wir danken für jene und ja, die Veranstaltung, die uns nicht möglich möcht, Gott seinen Mut unterstrahlen. Macht Gott ihn wirklich sehen. Und nicht verabschiedet, wie uns Vada von Jund. Wenn Gott so will, hieh ihr ein Widerprogramm, dass die Sendung Licht vom Evangelium am einen Weg, ab derselben Zeit, an derselben Zeit. Wenn ihr Frauen oder Bemotungen zu der von der Sendung haben, schreibt uns, an der Anschrift es, Licht vom Evangelium 225, Röverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. Und nun noch, Gott mitjunt, Gott jöns, am einen Weg, was er hier. Dort wird auf, es ein wunderbarer Land, doch als Dörren, risset und verschillt, und als Heiland wird sächere Haut, wie sie fortkennen und beinigt zu rühn. Gott singt alles auf Erdmärmen rett, dass er endlich mit Heiland sind nur, wo die Kummer und Sorgen beiträgt, doch es himmlisch auf Erdmärde ruht. Deine Schoen mit Räten war röd, voll von Jesu, von Emma, hans Gott. Färre, Leib, deiner Jesus, sin Blöd, alls auf Himmels gehörd, Gott bewahrt. Jo, Oboe, Juhel, sejabot, freib sie fort, dort im Herrlicht herr, Sejabot, Jo, Oboe, Juhel, sejabot, traf ihn all, dey, dey, dort, nu, alls end.